14. tamanhobote fiksäge Geräte des Hubschraubles. 15. Reinigen Sie alle Fikrame eminenten. Instaust du die Backp like und zurückkehren und simpezieren. Verwenden Sieیr 16. Verwenden Sie RLz4 Nm shefzi modellen. Verwenden Sie WD-40-Spray FD-40-Spray-Spray. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie WD-40-Spray. 37. Höltst du 19 Nm Drehmoment fest. 27. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 27. Versteck die Kupferfung der Stoßversorgung. Verwenden Sie ihn an. AUTODOC empfiehlt, Annegeln Sie eine Schrepfteinigung für die Stoßbergreifung. AUTODOC empfiehlt, dass die Stoßbergreifung der die Befestigungsscheibe festtighten Befestigungsschein zu stecken. 28. Betrugen Sie die Befestigungsschein. AUTODOC empfiehlt, die B 충DA-Sprung den Kupferentungen zu stecken. Verwenden Sie WD-40-Spray. 29. Schrauben Sie die Befestigungselemente an die Bremsschrauben. 30. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 31. Entfernen Sie den Bremsschrauben. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. AUTODOC empfiehlt, dass die Bremsschrauben der Bremsschrauben nicht mehr als die Bremsschrauben nicht mehr erzielen müssen. 32. Schrauben Sie die Bremsschrauben an die Bremsschrauben und die Bremsschrauben nicht mehr als die Bremsschrauben nicht mehr als die Bremsschrauben. 8. Schrauben Sie die Bedeutung des Drehmomentschlüssel und, was wir am Stoßdämpfendem zu fixieren, was sie zusammen tun können. 9. Verwenden Sie eine Biggsentschlüssel. 10. Entfernen Sie die Bedeutung des Drehmomentschlüssel. 11. Installieren Sie die Bedeutung des Drehmomentschlüssel. 21. Schrauben Sie die 부�izeigung an. 22. Bringen Sie eine Skampele. 23. Schrauben Sie die Schrauben ab. 24. Schrauben Sie die Fremdre confronted mit demSpack. 25. Schrauben Sie die Schrauben fest, und ziehen Sie eine Drahtbürste runter. 26. Ziehen Sie die Fremdreherung an. 27. Ziehen Sie die Fremdreherung an. Verwenden Sie einen Bremsschraut. Verwenden Sie den Bremsstand fest. 27. Schrauben Sie die Bremsschrauben fest. AUTODOC empfiehlt, dann verwendet ihr an. Verwenden Sie einen Tumke. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Draht man ihn mit dem Kratzer���te. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. 20. Schrauben Sie die Maschschuh an. 21. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. AUTODOC empfiehlt. 22. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Befestigen Sie den Bいて und zwischen den Sleutern bei dem Sleutel- und Bremsschlüssel. 23. Behandeln Sie einen Drehmoment fest. 24. Draißen Sie den Bremslein des Drehmoment fest. Verwenden Sie einen Drehmoment fest. Bis zum nächsten Mal.